Was geht ihr Schnüffler? Willkommen zurück zu einer neuen Runde Nepos B-Heat und weil wir versuchen es weiter Kopfgeld noch zu erreichen und wie ich gerade sehen war irgendwie nur noch 162.000 Kopfgeld. Wisst ihr warum das so ist? Ich weiß es gerade nicht gar nicht. Blacklist 15. Alter mein Stein, da muss man nämlich auch noch ein erreichen. Zack, nehmen wir den mal direkt. Und los geht's. Fahren wir mal hier rum. Na ja, schauen wir mal schon in die alle hier. Wir fahren hier ein bisschen nur noch von 35.000 Kopfschmerzen. Ach du bist ein Fußgelbbeschmerz. Neidewitzkampien auf jeden Fall. I have my way somewhere here. Neidewitzkampien auf jeden Fall. Neidewitzkampien auf jeden Fall. Noch ein Fußgelbbeschmerz. Kommt der Sluda in der Mitte lang zulegen. Verstehe ich vorgegangen. Nein, kaputt macht das. Und ich habe immer noch nicht nachgeschaut. Der Dämpfer von Stärke. Hey, ich dachte ich habe mich stehen vor. Da sind schon wieder so viele. Ich wollte den noch nicht voll sehen. Da ist eine Sperre. Gut. Meilenstein. Dress. Auf geht. Hey, Meilenstein. Geben wir nicht weg. Guck mal. Das ist das Schöne. Komm. Nicht wieder. Nichts da, nichts da, nichts da. Boah, das kann man nur sehr wieder. Du bist ja wie sehr ich verfolge uns hier ab. Ja, wenn ich gleich weiterhelfe. Pardon. Ich muss den jetzt auch stecken. Boah, ey. Buzzi im Wahnsinn hinter uns. So eine Flotte jetzt. Ja, geht. Ja, geht. Ja, geht. Ja, geht. Ja, geht. Los, weg hier, ey. Bloß nicht, bloß nicht. Bloß nicht einkesseln. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Gib Gas. Gib Gas jetzt. So, wir wollen nur noch zwei Straßen sprechen. Da können wir nämlich die ganzen Reihen steigen. Nett. Ja, das sieht hoffentlich ganz gut aus. Das sieht hoffentlich ganz gut aus. Scheiße, die Kommentare hier. Da sind noch zwei. Ich weiß nicht. Da bleibt wieder mehrere. Ich weiß nicht. Die Dinger müssen hier weggehoben. Boah, wie hartseckig die hinterherkommen. Auf Schritt und Trip. Was? Ist doch Scheiße. Wer ist denn? Verstärkung können kaum. Wir müssen schon wieder. Ob das nüscht? Sperre. Worüber sind die Flips. Das ist ein bisschen anders gemacht. Ich weiß nicht, sagt. Es ist beschlebt. Die Flips ist es nicht anders. Die Flips ist nicht anders. Das ist nicht anders. Es wird nicht anders. Ich spiele hier erstmal mit dem hier oben. Boah, für... X8 hört doch mal auf zu rutschen. Ich muss doch mal langsam hin. Guck mal. Wie hartnäckig der dranbleibt. Ich muss doch den Stopp an. Ich verstehe das. Alter, gestattier den da bitte. Ja, hör dich rein. Ja, da sind wir durch mal schön. Und weg mit euch. Ich werde jetzt mal ein paar Stopper benutzen. Oh, ihr seid gesammelt. Ah, meinst, ne? Bitte kommen jetzt nicht. Danke. Untersteht euch. Ich werde jetzt in den Kopf. Ich werde da rein und wegkommen. Danke. Und, und, und? Ja, ich habe mich irgendwo versteckt. Das kann euch egal sein. Danke. 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 Alter Schwede. 231.000. Weiter. Okay, du hast diesen Baron auf dich aufmerksam gemacht. Er will unbedingt gegen dich fahren. Also los. Ja, dann fahren wir jetzt mal unbedingt gegen ihn. Haben gerade erst 8,5 Minuten. Also, was wir da für Herausforderungen haben. Sprint. Oha, Drag muss ich mir einstellen dann. Drag muss ich mir einstellen irgendwie dann. Oder gucken, dass ich über Tastatur fahre. Warte mal. Da muss ich eben irgendwann mal in den Einstellungen nachschauen. Weil ich habe das auch noch nicht umgestellt. Hm. Ja. Ja, seht ihr mal ein bisschen wie ich hier in Option rumspiele. Gameplay. Ach nein. Nein. Dann will ich wünschen über Steuerung. Schleunigen. Runterschalt. Steuerung. Umschalten. Shift. Also. Ja, muss ich gleich eben kurz über Dingens hier über Tastatur das Drag fahren. Geht nicht anders. Nein. Sollste alle so lassen. Ja, nun. Dann ist das so. Herausforderung. Zack. Herausforderung. Sprint. Wer weiß, ob wir überhaupt in diesem Part werden. Oh ja, Blick. Hier. Oh ja, das war nicht. Entschuldigung. X8. Ja, X8. Ach so, wenn wir neue Teile haben. Scheiße. Ja. Oh stimmt. Das hätte ich gerade nachscht. Ja. Ja. Man tut mir selber ja ein bisschen. Oh ja. So was macht man eigentlich nichts. Ja. Mal schauen. Wie war's mit Baron da. Hier vorne auch ein kleiner Scheißer nicht schon wieder. Ja, Schiebisnack. Okay. 20% schon. Ja. Aber die Abkürzung hier. Nein, da kommt die Kurbel, da kommt die Kurbel. Aua. Egal. Ich hab trotzdem ein bisschen was dabei für den ersten Moment. Ich hab's mal so ein bisschen vergessen, was er hier muss, wenn der am Schlitter mit. Bei dem Weg einfach noch weiterer Rutschen. Ah, der Speedlimit 55, egal, schneiden wir so durch, sehen wir es mal, dann sehen wir es ja doch. Uiuiui, kam ein bisschen mies, die Kurve. Ich spiele das doch mal, da wollt ihr mich ärgern, oder was? Ja, dann kommt auch ein Smutschen-Schneider, kleine Mist-Sau. Wir sind ja bald kurz im Ziel wieder. Ja, wer stellt denn das Auto da im Weg? Hey, die haben was dran genommen, muss man ja sagen. Oh, noch mal ganz Glück, ganz viel Glück gehabt. So, Rennen Nummer 1 gegen Baron gewonnen. Jetzt kommt das Strike. Weiter. Ja, dann muss ich es mal über Tastatur probieren. Ja, gucken, ob es klappt. Okay. Okay. Alter, ist die Steuerung mies so. Der NU-Drag muss man sich drauf einstecken. Ein paar Mal zu fahren. Ja, komm, fahr mal neu. Wollt schon sagen, Neustart. Scheiß. Bist der sicher. Bist der sicher. Eieieiei. Ja, das werden wir ein paar Masche ahnen. Was? Ist er jetzt raus? Wäre gut, wenn er raus ist. Und dann knall ich mich natürlich auch mit raus. Nee, Baron war noch drin. Steuerung. So. Sack! Gewonnen! Also wissen wir auch wie weit die DRAG rennen hinkriegen zu nun. Absurdiert! So, ich kann jetzt aus zwei Symbolen wählen. Dann probieren wir es doch mal. So, was haben wir hier? Kostunglos aus dem Knast und was haben wir hier? Gegnerfahrzeugschein! Weiter! Blacklist 9! Na, wer ist der? Alright, Eugene James! Dieser Typ stammt aus der Lower East Side von Rockport. Macht heute allerdings die Küste unsicher. Er steht auf Importwagen und setzt alles daran mal groß rauszukommen. So, das können wir doch auch! Ja, das ist jetzt nochmal großartig. So, Mia ruft schon wieder an. Ja, und mit diesen Worten, dass Mia sich später meldet, sage ich, wenn es euch gefallen hat, schaut doch beim nächsten Mal wieder rein und nicht vergessen zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.